Der wahre Ursprung der Menschheit. Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Woher stammen wir Menschen? Und was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leroy und Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Der wahre Ursprung der Menschheit, den du nicht kennen solltest. Miese Schwurbelei, meine lieben Freunde. Wir sind wieder da. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Woher stammen wir Menschen? Und was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Wenn du gläubig bist, liegen die... Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch eine Frage, mit der man sich beschäftigen sollte und auch dürfen sollte, sich damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, das ist mit einer der Aufgaben, die wir haben hier auf der Erde. So, dass wir verstehen, wer wir eigentlich wirklich sind und warum wir hier sind. ...worten auf diese tiefgreifenden Fragen für dich vielleicht auf der Hand. Doch was, wenn wir dir erzählen, dass es eine Schöpfungsgeschichte gibt, die bedeutend älter ist als die heiligen Schriften der großen Weltreligionen. Und damit wir uns richtig verstehen, wir reden hier nicht nur von einigen Jahrhunderten, sondern von Hunderttausenden von Jahren. Okay, das ist wild, Digga. Kann es sein, dass die Religionen diese Schöpfungsgeschichte später einfach aufgegriffen und abgewandelt haben? Es gibt Personen, die nicht wollen, dass es Videos wie dieses hier gibt, denn es stürzt die vorherrschenden Überzeugungen ins absolute Chaos. In diesem Video erfährst du, dass es sein kann, dass wir buchstäblich nicht von dieser Welt stammen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, um sich der Frage nach unserem eigenen Ursprung zu nähern. Einerseits wäre da die evolutionäre Herangehensweise, die vor etwa sieben Millionen Jahren ansetzt und die Entwicklung des Homo Sapiens und seiner nächsten Verwandten aus gemeinsamen Vorfahren betrachtet. Ja, aber das hat ja auch der Erich von Däniken gesagt, wir haben ja einen Riesensprung gemacht in einer kurzen Zeitspanne so. Da ist die Frage, ob nicht eventuell da sogar eingegriffen wurde. Demgegenüber stehen wiederum die Überzeugungen, die innerhalb der großen Weltreligion gelehrt werden. Im Buch Genesis heißt es dazu beispielsweise, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus der Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. Krass, okay. Wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Der Koran kennt eine ganz ähnliche Schöpfungsgeschichte. Hierzu lesen wir in Suri 23, wir schufen den Menschen aus einem Auszug aus Lehm. Nun ist es aber nicht gerade verwunderlich, dass die weniger religiösen Personen nicht viel mit derartigen Mythen anfangen können. Der Gedanke, dass unser aller Ursprung in einem Klumpen Erde liegt, dem ein göttlicher Lebensatem eingehaucht wurde, erscheint schlicht und ergreifend zu unglaublich. Zecharia Sitchin gehörte ebenfalls jenem Lager an, das die Schöpfungsgeschichte der großen Weltreligionen ablehnt. Im Gegenzug bedeutet dies jedoch nicht, dass der US-amerikanische Autor und Journalist deshalb ein Verfechter der gängigen Evolutionstheorie war. Ganz im Gegenteil. Denn tatsächlich waren Sitchins Ansichten über die Entstehung... Bei der Evolutionstheorie bin ich halt... Also was ich sage ist, dass innerhalb der Spezies auf jeden Fall eine Evolution stattfinden kann. Weißt du? Aber die gehen ja auch so weit, dass die sagen, dass quasi aus Bakterium dann Fisch und aus Fisch dann Affe und aus Affe dann das und Giraffen und aus... Also ich glaube nicht, dass aus einer Sache mehrere Spezien quasi hervorgehen. Weißt du? Aber innerhalb der Spezies ist glaube ich safe, dass so eine gewisse Art Evolution stattfinden kann. Also das ist Fakt. ...richtete das Menschen sogar noch viel abgedrehter als die Lehren, die die Kirche vertritt. 1920 in Baku geboren und 2010 in New York gestorben, war Sitchin Teil einer parawissenschaftlichen Strömung, die für ihre, sagen wir mal, etwas alternativeren Überzeugungen bekannt ist. Das sind die Tafeln, oder? Das sind nicht die sumerischen Tafeln, wo es auch um die Anunnaki geht zum Beispiel. Artbildung gibt es aber. Was meinst du damit? Erklär mal. Denn während die Frage nach der Existenz außerirdischen Lebens offiziell weiter unbeantwortet bleibt, ist es in den Reihen der Präastronautik unbestritten, dass Aliens wirklich existieren. Also ich bin auch überzeugt davon, dass auf jeden Fall Leben außerhalb der Erde, also außerirdische Lebewesen gibt so. Also daran glaube ich. Das ist ein Glauben, ne? Ich bin überzeugt davon. Ich glaube, es ist ziemlich egoistisch zu denken, dass in diesem großen Universum, wenn es denn so groß ist, wie uns gesagt wird, nicht noch irgendwo Lebensformen sind. Weißt du, wie ich meine? ... nicht genug. In Wahrheit wurden die Völker des Altertums sogar regelmäßig von extraterrestrischen Intelligenzen besucht und maßgeblich von ihnen beeinflusst. Das kann ich mir alles vorstellen, Freunde. Sag ich dir ehrlich. Da setzt mir gerne den Aluhut auf, aber das kann ich mir alles vorstellen. Da die Erdenbewohner nicht dazu in der Lage waren, sich die futuristischen Technologien ihrer Besucher zu erklären, wurden diese als übernatürliche Gottheiten verehrt. Im Gegenzug... Okay, das ist hier gerade Erich von Däniken-Recherche auch, ne? ...offenbarten die Alien-Götter den Menschen ein höheres Wissen und ebneten ihnen den Weg zum zivilisatorischen Aufstieg. Und falls du nun glaubst, dass es abgefallener nicht mehr werden kann, solltest du jetzt ganz besonders gut zuhören. Denn Zecheria-Sitchin hiefte diese ohnehin schon umstrittene Ausgangslage... Krass, Digga. Haben die sich mal getroffen, Zecheria und Erich? Noch einmal auf ein vollkommen... Zecheria-Eden-Man, Alter. Gib mir die Zecherie-Vibes, Bro. ...anderes Level. Um Sitchins Gedankenwelt zu verstehen, sollten wir uns zunächst vor Augen halten, dass die Astronomen allen Raumsonden und James-Webb-Teleskopen zum Trotz etwas Entscheidendes übersehen haben. So erfahren wir in Sitchins 1976 erschienenen Buch The Twelfth Planet, dass jenseits des Neptuns ein weiterer und unbekannter Planet schlummert. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, hört auf den Namen Nibiru und er taucht auf seiner langen elliptischen Umlaufbahn etwa alle 3600 Jahre in unser Sonnensystem ein. An diesem Punkt stellt sich natürlich die Frage, was ein verborgener Planet denn nun mit der Erde und ihren Bewohnern zu tun haben soll. Naja, folgt man Sitchins Überzeugungen, so ist die Antwort auf diese Frage ganz einfach. Ohne Nibiru würde es weder uns noch unseren blauen Heimatplaneten geben. Was offenbaren die alten Sumerer über Außerirdischer? In der Bibel ist es Gott, der am Anfang Himmel und Erde schuf. In The Twelfth Planet übernimmt diese Rolle aber ein folgenschwerer Planetencrash. Demnach ist Nibiru einst mit Tiamat kollidiert, einem anderen Planeten, der seine Bahnen zwischen Mars und Jupiter gezogen hat. Aus den Trümmern dieses Zusammenstoßes ist aber nicht nur unsere irdische Heimat entstanden, auch der Asteroidengürtel und die Kometen wurden auf diese Weise gebildet. Nun klingt diese These, gelinde gesagt, etwas weit hergeholt, doch Sitchin zufolge lässt sie sich sehr wohl mit handfesten Beweisen untermauern. Im Detail verbergen sich diese Beweise nämlich in der ältesten bekannten Schöpfungsgeschichte überhaupt, in den legendären Tontafeln der alten Sumerer. Vor mehr als 100 Jahren im heutigen Irak Die Tafeln sind wild. sind die Keilschrift-Artefakte rund 3700 Jahre alt und sie berichten von den geheimnisvollen Anunnaki. Innerhalb des mesopotamischen Schöpfungsmythos verkörpern die Anunnaki die Götter des oberen Himmels, welche dem sogenannten Igigu gegenüberstehen. Sicher Ria Sitchin führte jedoch eine Da war die Tasche, Digga. welche dem sogenannten Da, diese Tasche, Bro. Diese Tasche, ich bin ein bisschen davor, glaube ich, ne? Die Tasche ist wild. Die wurde in mehreren Pyramiden auch auf Malereien entdeckt, so weißt du. Ich sage, das ist eine Art Zeichen für Wissensträger. Igigu gegenüberstehen. Sicher Ria Sitchin führte jedoch eine etwas andere Theorie über die wahre Natur der Anunnaki ins Feld. Er sah in ihnen keineswegs nur rein mythologische Wesenstätten sondern die realen Bewohnern. Was bedeutet die Tasche? Guck mal, das Ding ist so. Ich habe da auch nur eine Theorie, Alter. Weiß ich ja auch nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber wenn du hier guckst zum Beispiel, das rechte Bild ist Peru. Das in der Mitte ist Sumera. Das linke sollen die Anunnaki sein. Ne, das in der Mitte ist, glaube ich, Ägypter, oder? Keine Ahnung. Ähm, hier sind noch mehr. Das rechte ist Mexiko. Und die haben immer wieder diese Tasche da, weißt du. Und es wird auch immer wieder von einem Gott, von einer Gottheit erzählt quasi, die, ähm, gekommen ist und Wissen übermittelt hat, so. Und ich glaube, das ist das Symbol. Diese Tasche ist ein Symbol für Wissensträger, die gekommen sind und gewisses Wissen zur Verfügung gestellt haben, wie die Pyramiden gebaut werden können, wie das und dies passiert, wie die, wie die ihre Technologien nutzen sollten und wie die ihre Zivilisation vorantreiben, etc. pp. Weißt du, das ist meine persönliche Theorie. I don't know, das stimmt, Digga, weißt du. Aber es ist schon crazy, dass auf jeden Fall diese Taschen in verschiedenen Kulturen aus der Vergangenheit quasi in den Wandmalereien oder in diesen, in diesen Einschnitzungen teil waren. Das Planeten Nibiru, die vor Hunderttausenden von Jahren auf die Erde kamen. Und wenn man so möchte, teilen sich sowohl die Mythologie als auch die Präastronautik ein und denselben Grundsatz. Die Anunnaki waren Geschöpfe, die aus dem Himmel stammen. Doch selbst wenn wir unsere Vorstellungskraft so weit ausreizen, dass wir Sitchins Ausführungen tatsächlich in Betracht ziehen, ergibt sich eine weitere Frage. Was wollten die Aliens überhaupt auf unserem blauen Heimler Planeten? Absolvierten sie möglicherweise eine Forschungsmission? Na, nicht ganz. Denn wenn es nach Sitchin geht, so hatten es unsere galaktischen Nachbarn einzig und allein auf die kostbaren Rohstoffe der Erde abgegeben. Ja, das habe ich auch schon gehört, diese Theorie, dass die Menschen nur erschaffen wurden als Sklaven, um Gold abzubauen und dass sie das auf ihrem Planeten mitnehmen können, weil die brauchten dieses Gold, weil auf ihrem Planeten irgendwas los war. Aber dazu gleich mehr. Zunächst sollten wir einen weiteren bemerkenswerten Umstand beschäftigen, denn tatsächlich behauptet Sitchin in seinen Büchern, dass die Existenz der Anunnaki auch in der Bibel bezeugt wird. Allerdings werden sie hier als Nephilim bezeichnet, ein Begriff, der im Deutschen mit Gottes Söhn übersetzt wird. Blicken wir dazu einmal kurz in das sechste Kapitel des ersten Buchs Mose. Zitat, es waren Riesen zu den Zeiten und auch danach noch Denn als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kindern gebaren, wurden daraus die Riesen. Dass mit den Nachfahren der Anunnaki wahrlich nicht gut Kirschen essen war, erfahren wir wiederum im vierten Buch Mose. Dort heißt es, das Land durch das Wege Korrekt, Digga. Der blendet einfach Menschen ein, die gerade Kirschen essen, weil er gesagt hat, nicht gut Kirschen essen. Das ist geil. ...sind frisst seine Bewohner und alles, das wir schütteln, ...sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Der Mensch wurde als Arbeitssklave erschaffen. Abseits dessen werden die Anunnaki beziehungsweise Nephilim in der offiziellen Bibelfassung nicht weiter erwähnt. Das Apokryphe-Buch Hainoff berichtet jedoch, dass Gott die Riesen durch eine verheerende ... Alter, wir sind so tief in dieser Recherche drin, dass ich das alles schon gehört habe, ja? ...flut vernichtete und ... Wir brauchen neue Themen, meine lieben Freunde. Discord nutzen. ... Ihre Väter auslöschte gemäß Sitchin ... Auch ihr auf YouTube. Schön neue Videos in den Discord rein. Gerne auch verschiedene Sachen. Auch mainstreamige Sachen. Wir müssen nicht immer in die miese Spurbelei reingehen. Das sind einfach interessante Dinge. Die Anunnaki das aber deutlich beschwerlicher darstellte als erwartet. Äh, die Jungs haben die Spitze von der Pyramide geklaut, ja? Wusstet ihr das? Dass die Spitze der Pyramide mal golden war? Dass die auch mal so mit weißen Dings überdeckt war? Die sah richtig krass aus früher. ...flug einer der Außerirdischen vor, primitive Arbeiter zur Entlastung der Anunnaki zu erschaffen. Laut Sitchin handelte es sich dabei um Enki, der innerhalb der sumerischen Mythologie als Gott des Wassers und der menschlichen Kultur verehrt wurde. Letzten Endes lag der Erschaffung des Menschen aber keine göttliche Schöpfung zugrunde, sondern die fortschrittliche Gentechnik. Genauer gesagt entstanden unsere Vorfahren, indem die Aliens außerirdische Gene mit denen von Homo erectus kreuzten. Ey, Bruder, das sagt dieser Zecheria, das sagt eins zu eins das, was der Dings sagt, ne? Der, äh, Däniken. Der Ansatz, die Menschheitsgeschichte auf der Grundlage von antiken Tontafeln und deren ausschweifenden Interpretationen neu zu schreiben, ist ohne Zweifel überaus provokant. Vielleicht ist es sein Cousin. Bezüglich betonte Sitchin jedoch, dass dies keineswegs die einzige Quelle sei, die seine Überzeugungen stützte, denn auch die konventionelle Wissenschaft habe so ihre Probleme mit der offiziellen Entwicklungsgeschichte des Homo Sapiens. Safe. Dazu eine kleine Passage aus The Twelfth Planet. Zitat, das wirkliche Rätsel ist nicht die Rückständigkeit unserer Vorfahren, sondern unsere eigene Fortschrittlichkeit. Wie heißt er noch? Wie heißt er? Zecheria Sitchin. Zecheria. Zecheria Sitchin. Gib mir die Zechi über, wo ist er? Einfach Spanisch, Digga. 1920 in New York geboren. Estados Unidos. Der ist schon tot, oder was? 2010? Krass, 1920 ist der geboren. Wann ist Erich von Däniken geboren? 1920 ist wild. Der ist 1935 geboren. Krass. Die haben bestimmt mal was zusammen gemacht. Eine Passage aus The Twelfth Planet. Geht Discord eigentlich auch über Handy oder nur Notebook? Geht auch über Handy. Mercedes. Das wirkliche Rätsel ist nicht die Rückständigkeit unserer Vorfahren, sondern unsere eigene Fortschrittlichkeit. Der Mensch brauchte zwei Millionen Jahre, um herauszufinden, dass Steinwerkzeuge besser funktionieren, wenn man sie formt und schärft. Hey, Blocks hat eine gute Frage gestellt, Digga. Woher wissen wir von der goldenen Spitze, wenn sie geklaut wurde und keiner weiß, wo sie ist? Deus, woher wissen wir denn, dass die da war? Malereien, glaube ich, Wandmalereien oder so. Oder die haben Rückstände gefunden? Bestimmt irgendwie sowas. Man konnte bestimmt vielleicht noch Rückstände finden. Irgendwie werden die das schon erklären können. So dauerte es dann nicht noch einmal zwei Millionen Jahre, bis wir ernten, wie man andere Materialien verwendet und nicht noch einmal zehn Millionen Jahre, um die Mathematik, den Maschinenbau und die Astronomie zu meistern. Jetzt sitzen wir hier, nicht einmal 50.000 Jahre nach dem Neandertaler und haben Menschen auf den Mond gebracht. Die offensichtliche Frage lautet doch, haben wir und unsere antiken Vorfahren den Schritt zur fortschrittlichen Zivilisationen wirklich aus eigenen Kräften geschafft? Es liegt auf der Hand, wie Sijin diese Frage beantwortet. Der rasante Aufstieg unserer Art kann nur auf eine Weise erklärt werden, denn wir haben uns nicht im klassischen evolutionären Sinn entwickelt, sondern wir wurden gezüchtet. Tatsächlich sei diese Aktehypothese auch dazu imstande, die großen Rätsel unseres Erbguts zu knacken und zu erklären, weshalb dieses zu 98% aus nicht codierender DNA besteht. Digga, crazy. Ich habe es ja schon öfter gesagt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir Mischwesen, dass wir Mischwesen sind. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht hundertprozentig von der Erde sind irgendwie. Weiß nicht, so wie wir, ja, ich habe das ja ausführlich im Däniken Video schon gesagt. Wieso fehlt von den Anunnaki heute jede Spur? Nehmen wir mal an, dass der Däniken hat einen gesehen. ...wirklich von einer außerirdischen Zivilisation als Arbeitssklave erschaffen wurde. Wie kommt es dann, dass wir heute frei sind? Und vor allem, wo sind unsere Erschaffer? Haben sie sich aus dem Schlaf? Wer weiß, ob wir überhaupt wirklich frei sind? Haben wir nicht den Cousin von Domian? Wie hieß er? Marcel? Manuel? Der hat doch gesagt, dass Echsenmenschen uns beherrschen quasi. Vielleicht sind das die. Katy Perry und so. Vor allem Leute, die nicht wissen, was ich gerade labere, guckt die Domian Reaction an. Hauptgemacht, nachdem sie ihre galaktischen Taschen mit Gold gefüllt hatten? Nun, eins nach dem anderen, Sitchin zufolge, führte die Alien-Götter zunächst das menschliche Königtum ein, welches als Bindeglied zwischen den Anunnaki und ihrer Kreation dienen sollte. Auf diese Weise wurde also das Gesetz des göttlichen Rechts der Könige etabliert, das jahrtausendelang Bestand haben sollte. Um zu verstehen, was daraufhin geschah, müssen wir uns wiederum mit dem Schicksal der Stadt Urbeschäftigen. Die Anfänge dieser uralten sumerischen Stadt reichen bis zum Jahr 4000 vor Christus zurück und einige Quellen berichten, dass sie um das Jahr 2000 vor Christus von einem bösen Wind vernichtet wurde. Laut Sitchin handelt es sich dabei aber lediglich um die Umschreibung eines Phänomens, das wir heutzutage als radioaktive Niederschläge kennen. Denn, jetzt kommt's, die Anunnaki haben sich untereinander so sehr zerstritten, dass ihr Konflikt letztendlich in einem verheerenden Atomkrieg eskalierte. In den Wirren der Kämpfe wurden auch der Mensch aus seinem Sklavendasein befreit und schließlich kam der Tag, an dem sich die Außerirdischen in die gigantischen Weiten des Weltraums zurückzogen. Unterm Strich soll Zacharias Sitchin jedoch nicht der Einzige gewesen sein, der die echten Wurzeln der Menschheit erkannt und aufgedeckt hat. Irrig! Die Regierungen und die modernen Wissenschaftler wüssten ebenfalls genauestens über unsere wahre Herkunft Bescheid. Die wissen auf jeden Fall mehr als wir wissen. Drücken wir's mal so aus. Vielleicht ist Leon eine Frau. Ja, sei mal nicht so diskriminierend hier. Vielleicht hab ich mich umidentifiziert von gestern auf heute. Also dass ihr hier mein Gender einfach so assumed, das find ich schon sehr diskriminierend, wenn ich das so sagen darf. Ich kann sein, was ich will und das jeden Tag. Ich geh heut auch in die Frauen-Zona und ins Frauen-Gym, weil ich bin heut ne Frau. Gestern war ich Holz, genau. Du hast aufgepasst, mein Jutster. eines erkannt. Wenn es ihnen möglich ist, dem Menschen seine wahre Identität zu rauben, dann ist es ihnen auch möglich, ihn auf allen anderen erdenklichen Arten zu kontrollieren. Und jetzt kannst du gerne mal auf alle erdenklichen Arten kontrollieren, ob du uns schon ein Like und ein Abo und das war ein gutes Wortspiel. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Wildes Video, miese Recherche. Haben wir auch schon ähnlich jetzt von Erich von Däniken gehört, sag ich dir so wie es ist. Also ist eine ähnliche Geschichte hier gewesen. Die Theorien sind eigentlich eins zu eins, aber nichtsdestotrotz haben wir uns das mal reingezogen. YouTube, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich will eure Theorien lesen, ich will wissen, was ihr denkt. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out. Peace out.